Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei It Takes Two, immer noch mit dem lieben Jay. Hallo, Jay. Der macht hier die ganze Zeit schon Hechtsprünge. Oh mein Gott, Leute, wir haben so viel Spaß. Es geht weiter, wir haben gerade den Staubsauger besiegt. Du siehst aus wie so ein kleines Tier, was hier so rumspringt, irgendwie so hyperaktiv. Na ja, ich gehe dann mal. Tschüss. Wow, hallo. Das ist der erste Anfang, es wird noch viel, viel besser, wird hier gerade gesagt. Oh man, ja, ich freue mich. Den, den Wolle-Arsch. Okay, wir sind wieder unten. Wir waren ganz oben, Jay, und jetzt sind wir wieder ganz unten. Oh, Jay, guck mal hier. Oh. Oh. Äh, jetzt habe ich mich tatsächlich ein bisschen erschrocken. Lol, ihr habt das gar nicht gesehen. Oh, hier kann man auch sterben. Oh, okay. Wir zeigen euch alle Arten, wie man in diesem Spiel sterben kann, übrigens. Okay, hat alles kaputt gemacht. Ich denke, dass in einer Serie gab es doch irgendwas von wegen... Äh, Hundred Ways to Die oder sowas. Ja, ja. Oh, die war so gut. Ja. Okay, ich bin hier drauf. Oh. Oder so. Das aussieht, wenn du hechtest. Ja. Hups. Wie ein Profi. Wie ein Profi, aber wirklich. Okay, Ali. Hüpp. Okay, müssen wir wieder irgendwas aufmachen. Ja. Da ist sie! Da ist sie! Rose! Rose! Honey! Rose! Rose! Sie kann... Sie kann uns hören. Also... Vielleicht will sie euch auch nicht hören. Oh nein. Geh in Abgrund dazwischen. Das arme Kind, wenn das so reinfällt. Aber ich... Was ist das? Was ist das? Das ist... Ein Hammer! Lol, ein Hammer! Lol. Das ist aber nur der Kopf, ne? Juff. Äh, ja? Hey, I heard that heartless woman got a new job in town and doesn't have time for our hobbies anymore. Who cares about hobbies? Do you know how painful it is to die from rust? Oh. It's like burning alive slowly. Oh. Look at Hammer. There's some rustremover spray in that tool cabinet. We can help save your friends, but only if you can get us to Rose over there. Okay. It's a deal. Pick me up. Was ist mit seinem Auge, Alter? Now go to that big door over there. Hallo, das ist auch schon halb eingetrochtet, blöd. Äh. Okay, hier geht's. Whoa. Wo ist es? Just whistle. What? Really? Jetzt hab ich das auf dem Rücken. Oh, und ich hab den Nagel. Nice. Jetzt haben wir einen schönen Nagel und einen sprechenden Hammer. Sehr super. Ich dachte, mein Happy Tree Friends, das zählt auch. Die Melodie davon ist schon spooky. Ja, das stimmt. Warte, wie ging die noch? Oh, der soll in was, ne? Genau, genau. Okay, ich kann jetzt mit RT den Hammer verwenden. Tu mal den Nagel dahin. Kann ich den einen hämmern? Alter, hast du den grad nach mir geworfen? Bist du... Kann ich das Glas kaputt hämmern? Ye-ye-yee-y. Okay. Ähm. Kannst du mich... Du hast mich grad festgenagelt. Jay hat mich genagelt. Äh. Jay! Guck dir mal voll durch die Brust, alter. Du gemeini. Mann, wie gemein das ist. Bleib mal stehen. Nein, 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 nein. Bleib stehen, oh mein Gott. Du kriegst als Willmama. Oh, wow. Ich kann dich nicht... Ah, 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 ah. Gut, gut, einfach. Jesus. Oh Gott, wie gut. Wir kommen hier nicht mehr weg, Leute. Du kannst quasi jetzt die Dinger zerstören, ne? Ladies, why it looks like a nail to you? Ja. Ich hab einen im Ding. Okay, was kann ich? Ich kann die Flaschen zerstören, genau. Ich frage mich auch gerade, ob ich das auch... So, was sollen wir hier machen? Mal ein bisschen... Oh, da hinten ist eine Flasche. Da drüben ist ein Glas. Oh, nee, okay. Annen darf ich hier runter, oder? Gläser kann ich nicht zerstören. Ah, warte mal, guck mal hier. Oh, stimmt. Wow. Wow. Mein Werkzeug ist besser als deins. Ich dachte, jetzt mal ein Secret, ne? Ja. Ist hier noch was drin? Aua. Freund. Oh, okay. Wollt grad sagen, Lul. Ah, hier. Oh, geh mal auf die... Aha, geh mal auf die andere Seite. Oh, ja. Ah, stimmt, 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 stimmt. Okay, sag Bescheid. Ich bin da. Los, schnell. Schnell, 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 schnell. Oh, okay. Ich dachte, das hält Länge. Okay, und wie komme ich jetzt da rüber? Frage? Hier sind noch Flaschen. Mach die mal kaputt. Ich komme da nicht hin, Jay. Du musst mir helfen. Oh, ich muss da... Oh, hämmert da mal wieder drauf nochmal. Hm. Oh, ich habe zu drei. Ah, okay, warte. Ich muss das mit dem Nagel befestigen. Aha, jetzt kann ich. Okay, super. Okay, super. Alles klar. Also... Nein! Oh Gott! Du Bösi! Denn da... Markus, du sollst nicht vorsagen. Jay war schon auf der richtigen Spur eben. Nicht vorsagen. So. Mach das ja nicht nochmal, Freundchen. Nein. Nein. Meine. Warum denn nur vergesse mal auf X zu drücken? Diesmal habe ich nichts gemacht. Ich weiss. Lüüü. Ja, warte, ich muss das X noch drücken. Ich vergesse das immer, dass ich ja noch so nach vorne sprinten muss. Jetzt habe ich es. Okay. Hast du eigentlich gesehen, wie der Nagel sich verhält? Nee, der verbiegt sich auch, ne? Ja. Guck mal, wie so ein Wurm... Iiiiihiii. Äh, das ist ja eklig. So, jetzt musst du da... Okay, das leuchtet blau. Ich glaube, das kannst nur du, Mann. Ähm, ja. Oh, musst du mit dem Hammer rüberschwingen? Oh, also... Ähm. Ähm. Oh, sieht er aus? Oh mein Gott. Er ist Jay. Oh, nice. Ach, wie cool. Jay pack deinen Wurm weg. Wenn Jay nageln darf, macht er es nicht. Was macht er es nicht? Wuii. Oh mein. Ähm. 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 Ja? You're not helping. Geh, warte. Ich guck, was ich machen kann. Äh... Oh, ich glaube, ich kann dir da einfach den Nagel hinmachen. Wehe. Ich fahne dich. Ich hab dir drei Sekunden. Na. So, du wartest da, ne? Ich komm gleich. Mach... Mach gleich. Ich helf dir gleich. Zwischendurch noch alle Flaschen kaputt. Hier brauch ich jetzt einen, genau. Jo. Hey! Fahr runter. Nicht. Was zur Hölle. Oh, okay. Nachgrad, what the fuck. Okay. Oh, nice. Kannst du mir den Nagel holen? Oh. Komm schon. Komm. Ich hatte ihn wie gerade. Den kann ich glaube ich nehmen, ne? Du musst nah genug dran sein. Ja, ja. Ich bin einfach daneben gefallen. Den Kreis an dem Subo zeigt an, wenn du zu weit weg bist. Okay. Ich kriege nicht mehr. Ja, ja, warte. Ja! Entschuldigung, falscher Knopf. Schön. Jetzt hast du zwei Nägel. Oh, yeah. Jetzt kann ich dich quasi von hinten und von vorne. Ammunition. Okay, warte. Ich muss hier Sachen machen. Ah, du musst es festnageln. Hier wurde. Jetzt. Sehr gut. Oh, das ist so ein Auto-Ding. Ah. Das ist irgendwie weird. Ja, stimmt. Das ist so eine Hebebühne, ne? Ach so, Auto-Aim. Na, bei mir ist irgendwie Auto-Aim. Ach so, ich dachte, du meinst, das ist hier eine Hebebühne. Nee, ist es nicht. Na. Ach ja. Dankeschön. Sorry. Oh, wie? Oh, jetzt habe ich vergessen, wie man das drückt. Ach, Schiffe. Du wartest hier. Ich gehe zuerst. Nein, ganz bestimmt nicht. Doch. Doch. Los, los, los. Ah, da. Er hat geschaut. Oh, hier ist noch ein Ding. Oh, nee, das kann ich auch. Ich drehe durch. Ja, hau drauf. Verkloppt die Teile. Der braucht schon Pfandflaschen. Schön, wenn wir mal seine ganzen Wut... Oh, Stopp, hat er gesagt. Scheiße. Hammer Time. Ihr macht daraus halt locker 100 Spielstunden, wenn ihr so weitermacht. Ja. Äh, warte, Stopp. Warum hast du Stopp gesagt, Markus? Was habe ich gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Äh, wahrscheinlich wegen Hammer Time. Ah, okay. Achso, Stopp, Hammer Time. Ich kriege das nicht. Okay, danke schön. Ah, wegen Hammer Time. Ja, ja, okay, okay. Alles klar. Yeah. Ist das nicht das? Buch. Okay. Ach, das Buch schon wieder. Challenges make you grow. What is it with you? Can't you just leave us alone? Move. When you're willing to face a challenge, you always learn something new. So, remember, when you hear this sound... Follow it. Keep following it, and you will find the challenge you seek. Secret. Also, wenn jetzt das Hammer, äh, das Trommeln kommt. Ha, Herausforderung. Oh, ein Herzi. Dann ist ein Minispiel in der Nähe. Der Kerl im gelben Strampeleanzug. Hammer Time, meint er. Hammer Time. Oh, I'm going to bring it. Okay, also, ähm, es ist so, wenn's, wenn's trommelt, dann führt ein zweiter Weg zum Minispiel. Und dann können wir das Minispiel in der Nähe machen. Also, mal drauf achten, wenn wir dieses Geräusch hören, müssen wir gucken, dass es, dann gibt's irgendwie zwei Wege. Hey Cody, over here! Okay. Oh. Boah, seriously, musst du mich jetzt... Oh, wow. Aha, wie gut. Wie gut. Los, drück aufbereit. Los. Ich bin irgendwie nicht so bereit für sowas. Drück aufbereit. Do it. Oh, you won't beat me. I'm faster than a mole. My hammer's faster than that. Okay. Ah. Aha. Was? Ah, nein. Ah. Ich treff dich. Ah. Au. Oh. Ah. Schiss. Ah, du miss. Slumding. Oh. Yeah. Please. Peek-a-boo. Peek-a-boo. Ah. Ah. Wie gemein. Nein. Verdammt. Das war echt mega knapp. Hau den Code hier, ist ja schon viel. Kannst du auch oben spielen? Nee, ne? Du kannst nur unten spielen. Ich glaube, weil du den Hammer hast, denke ich mal. Wir können nochmal spielen. Muss man das mehrfach machen oder reicht einmal? Klimmt, muss man das mehrfach machen. Wir machen es einfach nochmal. Jo. Einmal reicht, okay. Okay, einmal reicht auch. Oh, okay, ja. Okay. Dann gehen wir weiter. Okay, au! Lass mich! Los! Wie er mich einfach festhalten kann, wenn ich vorne weglaufen will. Oh, okay. Geh doch mal! Rett! Wau! Oh, das bewegt sich aber nicht wieder runter. Oh, das kommt nicht mal wieder runter. Oh, wie langweilig. Wie langweilig. Wie langweilig. So, was haben wir da? Möchtest du noch hundertmal killen? Da musst du wieder ein Nagel rein. Da hinten. Ich glaube, ich muss hier da wieder. Ah, okay, warte. Oh, gut. Da. Ah, ich habe vergessen, den Knopf zu tragen. Oh. 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 Oh, sie. Oh, sie. Das hatte ich vorhin auch. Ich muss nicht mehr, welchen Knopf ich drücken muss. Okay. Oh nein! Jetzt muss ich hier lang. Hier kommen wir nicht hoch. Warte mal, hier habe ich was zum Traumfämmern. Oh, ich muss wahrscheinlich hier. Ah, du kannst. Stell dich mal da drauf. Geht das? Da ist so eine Plattform. Stell dich mal da drauf. Nice. Ah, und jetzt festnageln. Yeah, festnageln kann er. Festnageln kann er. Supi. Okidoki. Ah, jetzt musst du dich hier wieder draufstellen, glaube ich. Aber erst mal muss ich da rüber. Oh, warte mal. Hier sind verschiedene Sachen. Hier sind unterschiedliche Wege. Da drüben ist wieder so ein Spiel. Hä? Ah, ja. What the heck is that thing? Looks like there's a switch for hammer in the middle. So. Ah. I'm waiting, Cody! Oh, ich bin so hoch. Ah? Ja, du hältst da drauf und ich bin dann oben. Äh. Ah, ok. Schlag mit dem Hammer auf die Ziele, um zu punkten. Flitzenhammer, alles klar. Ok. Ok. Das fühlt sich irgendwie ein klein wenig unfair an. Ja, aber echt mal. So, rein. Wow, wie schieß. Ja, ich habe echt das Gefühl, dass das im Hammer echt nicht so einfach ist. Ich bin untermann. Ich muss ja rennen auch noch. Du kannst ja einfach nur zielen. Ich muss ja auch noch hinlaufen. Ich muss ja einfach nur rumlullen. Wie gemeint. Ich bin, ich bin feiner Loser. Ich gehe. Tschüss. Lol. Das ist gut. Ich bin doch kein Loser. Aua. Hör auf, mich mit Nägeln zu bewerfen, Freund. So, ich muss da rum. Also egal. Ok, jetzt fährt er mal bitte nach in den Nagel. Wie kriegst du mich durch das Metall, oder? Ich habe keine Ahnung. So. Ich habe den Nagel nicht weggemacht. Ich habe gedrückt. Wirklich. Ok. So. Bleibe hier. Wie lässig sie gerade den Knopf gedrückt hat. Was? Muss ich da jetzt durch? Oh, viel Spaß. Du wolltest die kaufen. Ich will nicht. Können wir tauschen? Äh. Ok, da drüben ist einer. Kann ich dir den irgendwie anmachen? Oh ja, ich kann dir Dings anmachen. Ok, du musst es, glaube ich, mal kurz anhalten, bis es... Äh, du kannst jetzt drauf... Anhalten, anhalten! Ah, jetzt, ok. Und dann kann ich dir den anhalten. Ah, den anderen brauche ich. Warte, warte. Und... Ah, jetzt muss ich da hoch. Ich verstehe. Da... Ach, ne, ok. Ich muss dir zuerst anhalten, demnächst. Ich dachte gerade, du musst oben. Ich muss da rüber erstmal, ne? Oh Gott, seitlich ist komisch. Äh. So, jetzt muss ich hier wieder rüber, weiter. Mach mal die Nägel raus, bitte. Oh ja. Sorry. So, warte, jetzt kann ich hier... Jetzt muss ich, glaube ich, hier auf das Vier-Eck drauf. Ah, ne. Auf der Dings. So, jetzt muss ich oben. Ja, muss ich dir wieder den Nagel reinhauen. Ja. Oh. Nein. So. Äh. Jay, bitte! Ich bin... Ich bin so in diesem Final-Dings drinnen, gell? Nice one! Final 14. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, dann mache ich dir hier den Nagel rein. Und dann da drüben, genau. Ähm, ja. Ich muss den zweiten noch holen, gell. Ah, der fährt so hoch. Und da drüben noch. Ah, das passt ganz gut so. Oh, halte ich fest. Sehr schön. Ich glaube, ich habe ihn dir zu weit... Alles gut, alles gut. Oh, ne, okay. Pass. Und... Alles klar. No. Okay. Wee! Ah, hier ist eine Plattform wieder, genau. Wie kriegt ihr den Dicken da hochgeschleudert? Hallo, ich bin nicht dick. Du wüsstest, wenn ich einfach mal stehenbleiben, Fetty! Ey, ich bin kein Fetty! Voll gemein! One more nail! Oh, ab davon! Oh, heilig! Ein neuer Nagel! Yeah! Yeah! Oh mein Gott, was hast du denn da? Warte mal, kann ich da irgendwas dran machen? Also, ich kann hier einen Knopf... Okay, warte. Oh, ich muss da hinrennen. Ich muss ihn hochschleudern. Ach du Scheisse. Okay. Ah, halt rum! Halt rum! Ah! Geschafft! Hast du es geschafft? Oh, what the fuck? Wer hat es geschafft? Okay. Was ist das für ein Horrorspiel, doch? Oh, no! Ach, die Scheisse. Äh. Okay. Oh. Ja. Äh. Äh, links, oder? Oh, ja, den linken zuerst. Und dann den zweiten unten. Dann... Schnell! Schnell! Oh, haha. Ja, ich muss dir noch einen Nagel holen. Okay, kannst du wegmachen? Mhm. Den wieder weg und mach dir den hoch. Okay, genau. Jetzt brauch ich die Platte nochmal zum hochspringen. Machen wir einen Doppelsprung? Oder? Nee, das reicht nicht. Oh, nee, okay. Ich muss hier links nochmal... Oh, die Dingsplatte, die da. Genau, ja. Ah. Ah, fuck. Okay, warte. Na! Ah, ich schaff das nicht da hoch. Jetzt. Yeah. Okay, jetzt hier nach rechts. Dann wieder. Ja. Und die da. Okay. Yeah, nice. Du hast ziemlich gute Teamwork. Oh, das ist so cool. Ich mag das gar nicht, wenn man der Kamera entgegenlaufen soll. Äh, okay. Genau aus dem Grund! Ich hab's gerade gesehen. Äh, wo bin ich denn jetzt? Was bin ich da oben? Ah, ich muss da rüberhüpfen. Ah, du musst mir hier nur die Flaschen wegmachen. Hey. Hey. So. Aber wo geht's jetzt weiter? Hier? Ah ja, hier. Äh. Oh ja, da. Ich erkenne diese Flaschen teilweise nicht. Ich erkenne diese Flaschen weg. Oh ja. Ich erkenne diese Flaschen weg. Was machst du? Das war die falsche Taste. Oh ja. 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 Ich will die toolbox kämpfen. Äh. Ähm, okay. Äh, ich muss den jetzt beschießen. Äh, okay. Wie geht's weiter? Äh. Oh mein Gott, Hilfe. Was zum Zweifel? Ich schieß mit Nägel. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Warte auf uns. Äh, ja. Aber wir dürfen uns nicht wegbumsen lassen. Du lässt dich doch gerne wegbumsen. Ja, gut, ne. Hilfe, 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 Aua, Aua, Hilfe, Aua, lass mich raus. Du hast auf jeden Fall genug Zeit um sprinten, 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 schneller. Sprinten, wer braucht das schon? Ach, ich hätte zuerst gehen müssen. Das wäre gut gewesen, vielleicht. Nein. Dann hätte ich noch mal... Oh, ich muss den Nagel. Oh, okay. Ich dachte, ich kann ihn rausziehen, Entschuldigung. Ich wollte nicht noch fester rein, Herr Mann. Ja, und hast mich gehauen, ne. Ich wollte nicht noch fester rein, Herr Mann, hast du Schaden bekommen? Ne, wahrscheinlich nur die Hälfte von wegen dem Nagel. Oh, au. Und die Nägel noch dazu. Oh Gott. Das denn? Oh nein, ich bin tot. Shit. Oh Mann, ich muss da rüber. Hat sich falsch angehört, warum denn? Ich wollte mal rausziehen. Ja, den Nagel. Der Nagel war in Jay. Hey. Ich wollte rausziehen, nicht noch fester rein. Der Mann stimmt ja zu komisch an. Ja. Oh oh. Achso, ich muss da. Okay, holen. Ah, geh mal da drauf. Oh, ich hab da drauf. Oh, ich hab da drauf. Oh, ich hab da drauf. Okay, warte. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ähm, wie komm ich denn da jetzt hoch? Äh, ja. Fest, Herr Mann, fest, Herr Mann, fest. Äh, fest, Herr Mann. Fest, Herr Mann. Fest, Herr Mann. Fest, Herr Mann. So, ums richtig. Oh, wups. Sorry. Ich will die ganze Zeit mit... Au. Lass mich raus. Guck dir bitte. Ist es jetzt fest, ja? Jo. Ich will die ganze Zeit mit Dreieck springen, weil Final 4. Und damit entferne ich die Nägel. Oh, Verzeihung. Damit entferne ich halt die Nägel. Hier ist noch eine Flasche. Oh. Scheiss. Ach, Mann. Hier ist noch eine Flasche. Ich komm da nicht mehr. Doch, jetzt. Bitteschön. Wollt ihr auch gerade helfen, indem ich den zweiten Nagel reinkomme? Ich würde ja gerne den Chat mal lesen, aber das ist gerade sehr unmöglich, Freunde. Er will die ganze Zeit mit seinem Nagel spielen. Ja. Uah. Uah. Äh, nicht mehr. Geh mal da rauf. Schnell. Wuh. Lauf! Uah. Oh, warte. Ne, du musstest zuerst. Achso, du musst deinen Nagel dagegen. Ja. Geh jetzt. Du musst du es. Yeah. Nailed it, yeah. Nailed it, genau. Das war gut. Nailed it. Okay. Wuh. Wut. 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 Boss time. Wut. 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 Oh, du musst rüber. Und. Nein. Ah. Andere Rettung. Oh, nein. Okay, weißt du, dass ich wieder aufstehen muss? Oh, oh. Okay, noch mal, noch mal, noch mal. Es war jetzt gerade komisch. Aufpassen, wenn er den Arm wieder so ruft. Oh. Jetzt. Was? Watch out. Oh. Oh. Nein. Oh, Jack. Du hast mich festgenommen. Oh, ich hab jetzt. Oh, nee. Oh, nee. Ich dachte, ich hätte hier an die Dings beschossen. What the fuck? Oh, shit. Kann ich dir da helfen? Hands up. Okay. Das mal aber. Okay, jetzt. So. Jetzt hab ich ihn da dran. Da dran. Und da dran. Und. Ah. Go, girl. Und. Ach, geschafft. Und jetzt? Outroof, Queen. Ja, ja. Yes. Ja, Mann. Nein. Achtung. Oh, Gott. Ich kann nichts machen. Wie gemein. Er hat mich weggeschaufelt. Oh. 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 Der macht Löcher. Oh. Er macht Löcher. Er macht Löcher. Kleine. Oh. Oh mein Gott. Ah. Ach du Scheisse. Was das so. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Oh, shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Oh. Jetzt geht's wieder los. Pass auf. Ich glaub der Arm kommt wieder, oder? Yeah. Ah. It's coming. Yes. Alles klar. Wer nah? Oh. Oh shit. Der hab ich vergessen. Au. Okay. Oh mein Gott. No. Sorry. Ja, ja. Tut mir gar nicht. Oh, jetzt macht der das noch kleiner oder wie? Oh nein. Oh. 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 Und dann noch die Nägel auf. Oh. Hilfe. No. Kann ich dir dabei helfen? Mir kann ich das leider. Nee, ich glaub nicht mehr. Okay, er kommt wieder. Watch out. Oh. Oh. Jetzt zuerst da und dann... Ah, so. Oh. Oh. Nein. Oh Gott. Scheiße. Warum macht die das denn immer? In die falsche Richtung springen? Ich mach eigentlich nach vorne. Tut mir leid. Kameraeinstellung? Weil die Kamera in die Tal ist so viel. Ich glaub, wenn ich dann nach hinten schwinge, dann ist es das Problem. Oh. Oh. Ja, ich glaub, wenn sie grad nach hinten schwingt, dann äh... Oh, so. Oh. Ich muss... Ja. Ich muss... Genau. Ich muss da hinspringen, wo... Wo es grad hinschwingt. Heads up! Oh. Verdammt. What the fuck? Puh, der ist schwer. Der ist schwer. Der ist schwer. Oh, jetzt kommt wieder das. Ich will gar nicht wissen, was er als nächstes macht. Immer auf einmal scheiß werden. Der Ding hinterher. Oh. Ne, das schaffst du hin. Drück, 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 drück! Hab ich auch gerade gemerkt. Ich brauch deine Nägel, schnell! Ja. Mit Drasch. Oh nein, ich bin in so'n blödes Loch gefallen. Schaff ich das noch? Schaff ich das noch? Oh, girl! Let's go! Let's springen! Oh, wow! Oh, nein! Oh, wow! Ich hab mich gerollt. Wir sind so schlecht. Oh, 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 oh. Oh, Leute. Im Moment sind wir nicht alleine schlecht. Wir sind noch nicht Game Over, genau. Nein, nein. Game Over sind wir ja erst, wenn alle beide... Daher ein bisschen Profi. Ja, wir sind absolute Profis, Leute. Also, lasst uns! Oh, Jay. Okay. Ups. Kann ich das? Ich versuche mal das aus dir rauszuziehen, aber das geht mir ja nicht. Okay. Yeah! Vollgas! Yeah! Outdraft! Verhaust! Verkloppt! Ja! Ihr zeigt nur, welche Fehler dabei passieren können. Ganz genau! So ist richtig. Das ist das Einzige, was wir tun. Wow! Wow! Was macht sie denn, Alter? Was sind denn das für Ninja-Moves? What the fuck? Guck mal, da ist mein Hammer. Da ist mein Hammer. Ach, Quatsch. War ich immer so. Er hat eine Sprühdose. Da kannst du einen Nadel reinknallen. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Äh, äh. Wär gut, ja. Ähm. Oh, oh! Ah! 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 Wär gut, ja. Ah! Ah! Lassen Sie mich! What the fuck? Ah, ich kann da... Ich kann da draufhämmern, glaube ich. Wenn der mal... Oh! Also wenn der mal unten bleibt, kann ich da, glaube ich, draufhämmern. Jetzt... Oh, und jetzt muss da draufhämmern. Oh, yeah. Hat's geklappt? Yeah! Hast du ihn getroffen? Ich muss auch nicht Sprühdose auch an. Okay. Oh, oh! Vorsicht! Oh! Ich mach die Dings, kleine. Oh, ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wow! Der kleine Drecksack. Okay. Boah, wie viel macht der denn da jetzt nur ab? Alles. Oh nein! Ist doch gut jetzt! Alles. Ach! Du fährst genau geht's nicht. Mach! Er wird dich durchschneiden. Oh, wow! Und jetzt hier? Okay, der. Oh! Okay. Oh, nee. Oh! Oh, nee! Oh, nee! Bleib doch drauf! Oh. Oh. Oh, er hat mich weggegangen und Dings. Ach so. Der ist zeitmässig. Oh nein, der macht es immer noch kleiner. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir werden es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen, James. Keine Hechtsprünge mehr. Nee. Oh, und dann noch den hier. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, komm doch nicht zu mir! Oh, okay. Hm? Okay, geh drauf! Okay, er haut. Oh, warum kann... Oh, ich kann da nicht mehr als zweimal drauf. Moment, wir kommen, Moment. Immerhin macht er es nicht noch mal kleiner, ne? Also... Okay, er macht sie immer auf dich, das finde ich gut. Nein, Jake! Du verrückter! Ich brauche dich hier, beeil dich! Ich bin gleich da. Los! Nur noch einmal. Yeah! War auch in die Luft. Bam! No! Yeah! Yeah, baby, yeah, baby, yeah! Sauber, genau! Hey, look at that! Ähm... Oh, die sind alle voll happy. Die Säge, wie geht das denn? Oh, it tickles! It tickles! Oh ja, das tickles ab und zu schon recht. Entschuldigung. Yay! Oh nein, muss ich den Hammer jetzt abgeben? Hm, wahrscheinlich. You saved us from that rust and toolbox! Thank you, May! You are a true hero! Oh, thank you, Hammer! Hey, what about me, huh? I was part of this too, where's my hero love? Did you see that explosion? Anyway, we still have to get to Rose. Oh, of course, of course! Sebastian! Can you help them out? They have to get to the other side! Sebastian! Sebastian ist die Säge! Lol! Ah, haut der uns jetzt rüber! Wie witzig! Come on, it's safe! It's safe, hm? Just relax! Don't worry, he's very precise! Sebastian, sling it! What the fuck? Oh, was? Wie gut! Okay! Mhm! Oh no! She's leaving! Oh no! She's leaving! Ja, oder irgendwo so dagegen. Don't play the game! No, Rosie! Oh no! 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 Ho- oh no! The closed door you will miss! The one that's open! Okay, FYI. There is only one door in this shed! Uh! Ha! And one window! Good! Zeigt er uns sein Hintern? Ja. Er kann es leiden. Das Buch ist durchgedreht, ja. Aber erstmal gucken, hier Secret. Oh Gott, oh Gott. Hier kommt man ja hoch. Hier kommt man nicht. Aber, ne, mal bitte. Im Ernst, ne. Und die Kleine darf hier spielen, ne. Das ist voll gefährlich. Aber echt? Wir hatten so eine Garage. Aber wir haben uns von ganz da unten hochgearbeitet, Jay. Ich bin so stolz auf uns. Guck mal, da oben hängt ein Fahrrad. Oh, lol. Oh, ich wollte es grad beschießen, aber ich kann nicht. Okay, also. Was? RB. Oh, yeah. Wuuu. RB? Oh. Ja. Ja. Viele sliden mal nach oben, ne. Oh. Springen. Okay, okay, okay. Oh. Äh. Oh. Alles klar. Yeah. Oh. Tschüssi. Hey. Ah. Nein. Oh. Ah. Ah. Okay. 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 Halt. Stopp. Sie fahren zu schnell. Polizei. Nein. RB. RB. Oh. Oh. Au. 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 Es kommt ja auch noch Strom. Oh. Elektrifizieren heißt das. Wow. Hätte ich mit dem Anderen weiterfahren müssen, ne? Wäre egal gewesen, ne? Wir haben auch angekommen. Ne, das endet auch, Digga. Mhm, mhm. Äh, da drüben kann man nur... Muss man grad meine Medizin nehmen. Einen Augenblick mal. Oh ja, oh ja. Kein Stress. Mhm. So, jetzt kanns weitergehen. Okay. Also, wir müssen... Ah, hast du deinen Shot genommen? Dein Wodka? Ja, mein Erdbeer-Wodka. Wow. Okay, okay, okay. Hilfe. Oh. Äh. Wie? Zusammen? Wie soll das denn gehen? Das ist doch nur ein Schalter. Wir müssen zwei irgendwo... Hä? Ist doch aber... Oh, wie... Ich muss hier drüben... Ah, einer muss das drücken und der andere muss... Ja, und ich geh hier drüben. Der andere muss... Nein, wir müssen das beide drücken. Wir müssen beide gleichzeitig auf die Slider. Oh, da. Alles klar. Ich verstehe. Okay, los. Oh, Verzeihung. Los. Alles klar. Eins los. Und... Äh... Ja, wir müssen das besser timen. Nee, es hat geklappt. Yeah. Eine Explosion. Äh, einer muss links, einer muss rechts, ne? Ja. Ich hab gedrückt. Oh boy, und jetzt bleiben wir da. Oh, okay. Yeah. Profis am Start hier. Okay. Da war nochmal ne Taschenlampe. Okay. Oh. Oh. What the fuck? Ah, wie gut. Wie gut. Wie gut. Wie soll das denn funktionieren, Alter? Wie soll das denn funktionieren, so ein Quatsch? Wie gut, Alter. Wie soll das denn funktionieren, so ein Quatsch? Ähm... Warte, gleichzeitig. Eins, zwei, drei. Drei, drei. Ja. Oh, nice. Sauber. Mei, schau, deine alte Binnokuliere. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich finde Rose. Rose? Äh... Ja. Ja, wir müssen sie finden. Oh, ja, ich weiß, wir seien wie Dolls, aber wir sind eigentlich ihre Eltern. Ich weiß, wer du bist. Ja. Nothing escapes my lenses. Schau. What? In, in here? Alright. Okay. Let's see. Ah. Ah! Oh! Oh! I look dead. Was bist du? Am I dead? You're not dead. What's going on? Oh no. Oh no. Ja, wir schlafen irgendwie. Und du bist da in Fett. Und du bist da in Fett. Loh- Äh! Ich weiß, das ist ziemlich ungewöhnlich für Rose, aber ich bin 100% sicher, weil ich konnte, dass ihr Tears auf die Dolls fallen. Tja, nun weißt du, wie wir lebendig geworden sind. Oh, warte einen Moment. Ich weiß, was passiert. Es ist ein Spell! Verdammt, Cody. Wir müssen Logik präsentieren. May, okay. Wir haben eine Konversation mit den Parabinokularen. Ich wollte gerade sagen. Und die Alte mit Logik, ne? Ja. Du hast keine Schuhe, hab ich das noch mal gesagt, ja. Oh, merke ich auch jetzt gerade jetzt. Loll. Wenn es ein Spell ist, wie können wir es brechen? Okay, ich habe das. Ja, ich und Rose, wir haben alles über diese Spell-Stuff gelesen. Ich bin ein virtuelles Wizard. Okay? Gib mir etwas Raum. Gib mir etwas Raum. Oh, ich bin der Final-Profi. Aber echt, Mann. Okay. Okay. So, wenn das Spell durch ihre Träume wurde, dann in order to break it ... Oh. Hahaha. In order to break it, we have to ... reverse it through her Träume! Boom! Äh. Äh. We basically have to find her, and make her cry on us again. Really? Wow. Ja, ich weiß ja nicht. Wir müssen unsere Tochter zum Wein bringen. Wow. Super. Das haben wir ja schon. Tolle Eltern. Das sind so tolle Eltern. Ja, ne? She's in her room. Go on. Okay. Thanks. Come on, mate. Oh, but how do we get her room from here? Easy. We just climbed the tree. Oh. Jetzt dürfen wir den Baum hoch ... runter ... hoch ... wie auch immer klettern. Hoch, runter, hoch, runter. Oh, cool. What? You're never gonna make that jump. Yeah? Watch me. Ähm. Oh, goddammit! Oh, nein! Das Buch ist wieder da! Oh, wow. Das Buch kommt natürlich ins. Geißte doch. Geißte doch uns die Rope! Es ist zu weit. Cody. Wo es einem was gibt, keine Distanz, ist zu weit! Geißte doch noch die Rope? Geißte doch, ja? Geißte doch uns die Rope. Okay, okay. Mehr, relax. Komm schon, hm? Du willst die Rope? Du willst die Rope? Komm schon, du willst sie? Geißte doch. Geißte doch. Geißte doch. Geißte doch. Geißte doch uns jetzt ein Seilstück. Oh. 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 Nächster Fettbacke, oder wie man in Bayern sagt, Fettfutzen. Okay, jetzt haben wir ein neues Werkzeug. So, warte mal. Oh wow, ich wollte dich so richtig doll auspeitschen, aber es funktioniert, ne? Geht nicht? Schade. Schade. Warte, ich gucke mal gerade auf die Zeit. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Oh yeah. Yeah. Ja. Ich glaube danach essen wir erstmal. Willst du auch was essen, Jay? Äh, jo. Aber wir können dann gerne noch weiterspielen. Jo. Wenn du willst. So. Immer eine kleine Pause zwischen reinmachen. Genau. So. Äh, abmal. Sind wir da oben? War doch... Ah! Toll. Man kann die töten. Ich treff die nicht. Ekelig. Yeah. Okay, wir verbringen dann die nächste Viertelstunde, damit wir einen Armeisen zu töten. Nee, Quatsch. No. Oh. Lilly und ihr Aim. Ja, ich habe keinen Aim. Das weißt du doch. Ah, hier kann man... Ah, über. Ich glaube, hier geht's lang, Jay. Glaube ich. Ähm. Oh. Ah. Ich habe sie gesagt, ich habe das gemacht, als ich ein Kind war. Du bist der schuldige. Wow. die mutter hat gesagt diese schuhe auf den baum werfen was hast du denn da vielleicht und weg ist das falsch der kommt bestimmt wieder zurück bestimmt ich gehe mal hier entlang wo die ameisen lang gehen okay warte ich kann hier wo ist es hallo aber in harry potter war es folge den spinnen nicht den armeisen hallo die sonne wie schön einfach es sieht echt mega so schön so schön jetzt wenn ich aus dieser stickigen garage in unserem baum sind fenster ja dann da rein ist da oben nix nehmen kann man hier noch irgendwo hin ich glaube wir müssen erstmal aber weiter nach oben auf jeden fall ja ich habe mich getan ich bin quasi baum naja dein körper ist ja aus leben der saubraun wie kommt die schaukel hier hoch so weit oben ach so das gehört da unten dazu ok ich wollte gerade sagen das ist extra für die kinder richtig schön hoch damit es auch richtig tief fallen bei mir ist gar nichts erschienen gar nichts manno ok den kannst du mal werfen doch muss man denn irgendwo rein schießt wahrscheinlich ins fenster vielleicht ja vielleicht oh gott oh gott soo wie wirft man das mit rt war da glaube ich ja rt auch fast nicht aber ich glaube das ist einfach nur so ausfahren glaube ich vielleicht kriegt man ein achievement wenn man das fenster trifft könnte sein ne doppelsprung ja ja habe ich schon genau danke ich habe keinen Weg für die rt war 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 ja und beware der klammer nein ist das unser Pauplett was macht es hier sieht aus wie ein Pauplett kontrolliert okay ah damit kann man die Tür aufmachen oh hier ist noch eine Fliege probier 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 du mal das Fenster zu treffen da ist gar nicht so einfach ich kann mich hier nicht mal bewegen von ne gar nicht das ist ja na vielleicht na oh wow als ob oh menno ok ja doch immer mit der Ruhe immer mit der Ruhe das ist ne Tür hey look Cody a door a door in a tree i don't like it we gotta get the roses run i don't like it mhm i can't see how far away it is that's why we gotta keep moving maybe there's someone inside who can help us really i don't like it lass uns gehen da sind bestimmt die Baukuschler drin what are you doing we don't know what's inside there come on it might be a shortcut to the house yeah but what if it's not what if it's hi no one uh we're trying to get to the house the house what's your business there we haven't got time for this is this a shortcut or not hey what the fuck oh toll und ich hab mein Hammer nicht mehr oh ja wollt grad sagen dein Hammer ne äh ähm wir können gleich essen 10 Minuten hm hm too heavy why the glass jar well at least we can see through it oh that's great me we're in prison but the view is amazing dad oh oh und wieder antworten er und er antwortet nicht hm das ist alles deine Scheiße du doof gehöre wow blöde cool das kleine traumatisierte Kind sorry ich traumatisiere gleich das Kind doch und es lebt so 10 Wochen mit paralysierten Eltern länger wir schaffen das nicht in 10 Wochen haben die uns gefangen genommen irgendwie guck mal das sind Kronkorken die 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 joh joh warsts Oh, Alter! Was zur Hölle? Sgt. Nutz und die Hazel-Crew. Ja. Der stimmt. Der ruhrt die Brille. Einfach alles. Was ist das? Das ist besser. Du willst zu Hause kommen? Ja. Wir können dich da. Das ist sehr... Kind. Ja? Okay. WTF? Ich muss mir gleich die Nase putzen, ey. Vom Lachen läuft mir die Nase und überhaupt. Nope. Was ist denn hier los, Alter? Der Baum... ...muss so hoher sein. Hey! Hey! That's our remote control! They stole it! They're sneaky rodents! So ein Stück Schlager! Hm. Awww. I don't know. Oh, you look good. Hey! That's my underwear! Huh? Hardly a loss. Ähm. Haben die den Flugzeug? Ähm. 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 Hapschalki. Hapschalki. Baumharz Hapschalki. Oh. Geil. Hapschalki. Huhaha. Loll. Drillbazzer. Was krieg ich? WTF? Yes! Warum kriegst du denn? I will do Paul on. He sent an undercover agent who could operate our queen robot. As planned, the wasps believed the robot was their real queen. But instead of wiping out the wasps, our agent was seduced by its power and switched sides. Oh. Oh. Kill the wasps and the agent and the robot will help you get to the house. Okay. Pfff. Yeah, sure. But isn't there a more civilized way that we can move? What the fuck? Warum wird das einfach zum Allsatz in einem Survival-Game? Irgendwie so. Ist das ein Spiel für Kinder? Hm. Hm. What hive? Remember? In the real world? In our tree? I asked you so many times and you promised to get rid of it. Yeah, yeah. Fine, fine. But we wouldn't even be here if you hadn't knocked on the squirrel's door. At least they're gonna lead us to the house. What are you kidding me? You believe that? I don't trust those squirrels. They stole my underwear. Oh, believe me. That was a blessing. Oh. Really? Well, at least my underwear is now a sophisticated part of a flying machine. Well, I sincerely doubt it can fly. Of course you do. Gah! You know what? I can't wait to get back to my real body so that we can get divorced. Oh, me too. Oh. Nein! Mei? Mei, what now? I guess it's time to kill some wasps. What? Alone? Don't worry, we've got weapons. What, you mean these homemade squirrel DIY drill buzzer taba-shanky things? Oh, you saw how powerful they are. Let's drill buzz. Let's drill buzz. Aber, liebe Freunde, wir drill buzzen in der nächsten Runde. Äh, in der nächsten Folge. Denn leider ist die Zeit schon wieder um, meine Freunde. Ähm, wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, während Jayma seine Waffe testet. Ähm, oder auch ein Abo. Oder gern auch den ein oder anderen Kommentar zu diesem Irren. Äh, und seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Hier bei, äh, It Takes Two. Wir würden uns sehr darüber freuen. Bis dahin! Und tschüss! Darn! The sap isn't sticky! Sag tschüss Jay! Ciao! Tschüss! Do you like these videos?